Da kann ich auch... Die Dinger passen dann auch nicht hin, ne? Nö, warum denn auch? Stehen ja Autos da! Dammig! So, das Loch gefällt mir nicht. Das machen wir mal eben irgendwie... Zu? Zu? Nein? Nicht zu? Okay. Wir brauchen Wohnraum. Wir brauchen Wohnraum. Das wird hier auf Dauer leider nicht besser. Und das gefällt mir gar nicht. Also das mit den Autos, das gefällt mir absolut nicht. So. Wenn ich dich jetzt hier hinsetze... Tiefer kommst du nicht, im Gegenteil, du kommst höher. Ich mach das jetzt einfach mal. Dann holen wir uns... Das wär cool, wenn er hier andocken würde. Wir nehmen uns jetzt hier dieses Ding. Setzen das da hin. Oh! Echt? Das würde gehen. Wär aber nicht von Vorteil. Würde das denn gehen? Nein. Das geht dann natürlich... Warum auch immer nicht. Aber das ist okay. Aber das ist okay. Wir setzen... Es wäre jetzt schon cool gewesen, wenn wir so einen Gang da hinbauen könnten. Aber wir setzen jetzt mal hier die Wand hin. Ne, da ist kein Durchkommen mehr. Alles dicht. Und dann setzen wir... Wir brauchen mehr Stall. Wände. Unser Holz ist gleich alle. So. Dann setzen wir hier noch was hin. Dann setzen wir hier was hin. Und da setzen wir jetzt... Ich wollte doch... So. Da setzen wir jetzt nochmal so eine Halbwand hin. Genau. Ich hoffe, das passt. Nicht? Irgendwie? Doch. Vielleicht? Könntest du? Freundlicherweise? Andocken? Nein. Kannst mal wieder nicht. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich verstehe nicht, warum sie nicht andockt. So. Dann machen wir es halt so. Ist mir doch gerade echt schnuppe. Ich lasse mich doch nicht stressen. Ähm... Wir brauchen Schlafmöglichkeiten. So. Passt du da rein in die Nische? Nein. Du würdest da rein passen. Dann nehmen wir dich mal. So. Eins. Dann machen wir hier nochmal eins hin. Zwei. Und dann machen wir hier nochmal zwei hin. Eins. Und zwei. Sehr schön. Ich suche mal wieder so ein kleines Nachttischchen oder dergleichen. Wie sieht das denn aus? Das ist zu hoch. Das hier doch mal. Ist zwar nur ein Schreibtisch, aber hey. Also so ein Minitisch. Ups, das war zu groß. So. Aber das ist doch mal besser als gar nichts. Ich weiß, wir haben hier noch keinen Strom. Dessen bin ich mir bewusst. So. Kommt hier alles noch. Das kommt dann alles noch. Aber erstmal geht es... Solange ich noch nicht die Haustür montiert habe, kann ich dann hier wunderbar... Dann diese Dekorationselemente hier anbauen. Was ich sehr angenehm finde. Und dann kommt als letztes halt eben die Haustür. Da. So. So. Und... So. Und jetzt kommen wir zur... Ähm... Ja. Ich habe gerade noch überlegt, ob ich was vergessen habe, aber... Ne. Wir dürfen jetzt fertig sein. Und hier ist unsere Haustür schon angedockt. Und... Und... Dann brauchen wir jetzt noch eine Tür. Na, na. Ach, Farbe. Farbe tut immer gut. So. Sehr schön. Ähm... Ich sehe leider nicht viel. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt... Schalter... Strom... Schalter... So. Komm ich... Komm ich... Komm ich da so ran? Irgendwie... Äh... Ah, ich muss mich länger machen. Mist. Nee. Nee. Passt da nicht ran. Oh. Hat das funktioniert? Nein. Okay. Ich dachte... Ich dachte, das hätte funktioniert, aber ich kann wohl nicht über ein anderes Gerät... Würde ich jetzt so verstehen. Oder ich hab... Tatsächlich mein... Ich hab immer so einen Hunger. Ja, dann ess doch was, Mann. So. Dann nehmen wir das. Und... Bonus hier an. Und? Alter, nein. Ist doch Strom. Ist doch Strom. Hat kein Strom. Das wäre jetzt voll ärgerlich. Hast du Strom? Nein, du hast keinen Strom. Warum hast du keinen Strom? Lass mich hier los. Hoch. So. Wenn ich jetzt so eine Außenlampe anbringe, hast du denn Strom? Ach ja. Also heißt es, nichts anderes als das Ding weiter nach hinten zu versetzen. Das ist... Dass es wieder blau ist. So. Immer noch nicht. Muss ich das jetzt verstehen? Oh, nein. Ach, jetzt bin ich ja runtergefallen. Ähm... Es gibt gerade keinen Grund, außer, dass die Position des Schalters nicht günstig ist. Oder das Pylon. Dann gucke ich mal so. Warum? Ah, verdammt. Einmal anheben und das Problem ist gelöst. Gut. Tür zu. So. Ähm... Was haben wir denn? Wir haben jetzt zwölf Betten. Also einmal, was ich noch machen möchte. Und zwar... Ja, Pramin, das tut mir leid. Ich kann hier echt... Ach. Den verschrotten wir. So, dann kriegt der Pramin seine Wanne hier oben hin. So. Ja. Eine... Warum kann ich dort... Naja, gut. Ich kann. Ich habe eine Idee. Weil das ist ein Durchgang. Hier kommen ja auch Feinde schon wieder durch. Und auch dieses möchte ich nicht. Deswegen werde ich... Warum passt das denn hier alles nicht? Ich werde doch irgendwie... Dieses blöde Loch zu machen können. Na toll. Ich bin hier schon... raus. Das sehe ich aber nicht so. Oh no. Ich verstehe das nicht. Egal. Ich weiß mir, glaube ich, zu helfen. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Drama. Ich habe kein Holz mehr. Ich habe kein Holz mehr. Oh man. Oh man. Ich habe in Hankman's Alley noch nichts gebaut. So. Du willst hier gar nicht hinpassen? Das ist jetzt aber doof. Ich fand das eine super Idee. Nein? Schande. Okay. Wir haben jetzt... Wir brauchen noch mal ein bisschen was zu... zu mampfen. Nicht, dass ich das hier erkenne. Dann kriegen die halt hier noch mal ein bisschen... ein paar Tarte-Bäumchen. Ich weiß doch, dass es so passt. Liefer da rein. Ja. Nein. Ja. Okay. Dann machen wir es so. Habe ich kein Problem mit. Ich passe nicht an. So. So. Gut. Ihr habt Essen. Ihr habt ein bisschen wenig Wasser. Aber ich glaube, das könnte erstmal reichen. Mehr fällt mir hier gerade just nicht ein. Außer, dass ich ein Holzproblem habe. Wir speichern und gucken uns einfach mal an... Äh... Die nächsten... Longfellows-Hütte ist in... Verheber. Da mache ich jetzt gerade nichts. Sanctuary Hills, Moral, Sunshine, Tidings Corporation. Ich bin gerade am überlegen. Dort könnte man mal eine Bar gegebenenfalls bauen. Hank Mans Alley ist mit. Oh Gott, es sind so viele. Sunshine Tidings, Landhaus an der Küste. Okay, Landhaus an der Küste. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden. Hank Mans Alley. Es führt kein Weg dran vorbei. An Hank Mans Alley. So. Hank Mans Alley. Und hier wird geballert. So. Aber das ist uns egal. Na, haben wir Probleme, ein Haus darzustellen? Okay. Das ist mir just egal. Ich bin jetzt hier zugange. Und... Das heißt für mich eigentlich mal alles erstmal einlagern. Ja. Lagern. Ja. Lagern. Ja. Lagern. Ja. Lagern. 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 Wir räumen hier jetzt erst einmal auf. Ich gehe gleich dahin und mache da mal mit. Lagern. 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 Euch auf jeden Fall auch. Du bleibst. Du bleibst. Du musst bleiben. mehr Schrott haben wir jetzt hier just nicht. Doch dich lagern. So. Ich bin am überlegen, tatsächlich über Dach zu bauen. Was ich damit meine, ist, hier oben anzusetzen. Wir haben ja jetzt ein bisschen Boden gut gemacht. Ach, Schande. Okay. Wir brauchen... Das brauche ich ja nicht mehr, ne? Nein. Das möchte ich verwerten. 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 Ist jetzt gerade nicht gut. Ist mir aber just... Wurscht. Verwerten. So. Kriege ich jetzt da oben meine Platte hin. Ja. Zwar... Wäre das cool, wenn die... Ja. Ja. Nee. Ich glaube, so macht das keiner mit. Okay. Ich nehme dich jetzt mal und baue dich mal hier oben an. Was ich bei dem nicht so gut finde, ist halt eben... Na toll. Ich habe mir das mit dir ein bisschen anders davor gestellt. Mein Freund... Irgendwie... So. So. Dann... Nur mal eine Überlegung. Es ist hier noch keine... Keiner zugange. Aber ich muss ja hier irgendwie mal hochkommen. Äh... Noch so ein... Na. So. Komme ich jetzt... Da hoch? Ja. Okay. Genau das. So wollte ich das vorhin. Genau so. So. Aber du musst gerade... So. Dich schiebe ich jetzt mal da hinten in die Ecke irgendwie rein. Was mich wundert, wir hatten doch... Hatten wir nicht eben Böden abgebaut? Dachte ich. Ich dachte, ich hätte so einen Boden abgebaut. Naja. Dich einmal drehen. Und... Wir haben aber dafür die Wände. Oder war das hier so ein Fertighaus? Nein. Ich gehe mal einmal alles durch. Okay. Da haben wir so einen. Okay. Huch. Nicht runterfallen. Was haben wir hier noch? Nein. Nein. Da haben wir... Okay. Da haben wir eine Trennwand. So. Und davon haben wir Wände. Okay. So. Das lassen wir mal so. Was mache ich mit dir? Komm mal her. Dich nehmen wir mal. Dich ziehe ich ein Stückchen weiter nach vorne. Aha. Da bringen mir ja die Pfosten eigentlich nichts, ne? Äh, nein. Nein. Ah, das ist so, dass man das... Das nicht abschalten kann. Das abdocken. Das finde ich halt ein bisschen blöd. Weil das nimmt mir so ein bisschen mein... Mein Freiraum beim Bauen. Äh, so. So. Mhm, 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 mhm. Okay. Okay. Oder auch nicht.